Herzlich Willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Hier geht es um Karrierechancen für Fach- und Führungskräfte. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und mehr Informationen findest du auf berufspodcast.com. Herzlichen Dank, dass du diesen Podcast bereits abonniert hast. Und es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast, den vielleicht sogar schon auch an deine Freunde weitergeleitet hast und Bekannte. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Vielen Dank mal dafür. Ja, heute habe ich wieder ein Thema und zwar dieser Ausspruch, ich bin offen für alles. Nein, gar nicht. Also ich bekomme ganz oft diese Aussage, wenn ich frage, was suchen sie denn genau? Ja, ich bin offen für alles. Bin ja Generalist. Super. Also ja, ich bin kein Fan davon. Offen für alles ist offen für nichts. Ja, ich bin ein bisschen hart, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber sei dir doch mal bewusst, was du wirklich gut kannst. Sei dir mal darüber bewusst, was du wirklich gerne machst. Sei dir bewusst, wo du wirklich einen Mehrwert anbieten kannst. Und offen für alles, sorry, das geht einfach gar nicht. Ja, das geht einfach gar nicht. Gerade als Stellensuchender. Also ich muss doch wissen, wo ich dich dann hier packen kann. Ja, da gibt es doch tatsächlich Leute, die sagen, ja, das kann im Innendienst sein, das kann im Außendienst sein, das kann in der Sachbearbeitung sein, das kann am Telefon sein. Nein, ich bin da völlig flexibel. Ja, aber das will ich nicht. Ja, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Und ich glaube, mein Kunde will das auch nicht. Der will einen haben, wenn er jemand sucht für einen Außendienst, dann muss es jemand sein, der halt gerne im Außendienst ist. Aber auch da gibt es Unterschiede. Ich meine, wenn ich jetzt den Verkaufsaußendienst anschaue, dann habe ich halt den zum Beispiel Neukundengewinner, also den Hunter sozusagen. Dann habe ich vielleicht auch den Kundenpfleger, den Farmer sozusagen. Und da gibt es Unterschiede. Ja, da muss ich doch auch wissen, was bin ich? Bin ich eher derjenige, der gerne neue Kundenbeziehungen aufbaut oder bin ich derjenige, der gerne Kunden pflegt? Ja, oder wenn ich im Innendienst arbeite, arbeite ich gerne mit Menschen. Das heißt auch da, vielleicht kann es ja auch der Kontakt sein mit Kunden, die dann zu mir kommen. Oder will ich nur hinter dem PC sitzen und irgendwelche Auswertungen machen oder was auch immer. Also ich muss doch klar sagen, was mir wichtig ist. Ja, und ich möchte es einfach nochmal hier kurz mit dir teilen, diese Info, dass auch du dir überlegst, okay, was mache ich wirklich, wirklich gerne? Was mache ich wirklich gut? Oder wo will ich mich hin entwickeln? Was mache ich vielleicht heute noch nicht so gut, aber möchte es noch besser können und habe da vielleicht auch tatsächlich Talente drin. Wenn du die Talente auch hast, dann nutze die bitte. Und Talente sind ja Begabungen, sind ja Gaben, die dir gegeben worden sind sozusagen. Also schau doch wirklich, was du wirklich besser machst als alle anderen, ohne dass du dich da groß dafür anstrengen musst. Und ich denke, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach, deine Spezialität rauszustreichen und zu überlegen, was mache ich wirklich gerne, was mache ich wirklich gut, wo habe ich Freude drin. Und bestärkt dich da drin, das weiterzumachen. Oder such ein Umfeld, wo du das einbringen kannst. Und wenn du merkst, dass das gefragt ist, dann ist das ja noch so gut, das ist wunderbar. Also wenn du deine Fähigkeiten optimal mit einbringen kannst, dann ist es doch sensationell. Aber wenn ich gar nicht weiß, für was du wirklich, wirklich gut bist, wenn du mir einfach nur sagst, ich bin für alles offen, ich bin ein Generalist und gib mir halt etwas und ich mache dann schon etwas draus, dann ist das unter Umständen in einem kleineren Unternehmen zum Beispiel, kann das okay sein. Oder kann es sein, dass man sagt, ja, das ist eigentlich nur ganz gut. Oder wir brauchen einen, der sogar den Arbeitsplatz aufräumt, der vielleicht auch noch zusammenkehrt, der den Hof noch irgendwie noch aufbereitet und schön macht oder was auch immer und die Sachen vorbereitet. Oder vielleicht die Verkaufsdokumentationen noch erstellt, also am PC dann auch tatsächlich die Marketingfunktion noch wahrnimmt, der dann auch vielleicht zu den Kunden rausgeht und Reklamationen selber behandelt oder auch in der Produktion mal mithilft. Ja, das gibt es. Das gibt es tatsächlich. Es gibt auch Jobs, wo das auch so gefragt ist. Aber das sind dann meist, würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, so nach meiner Erfahrung zumindest, sind dann meist eher kleinere Unternehmen. Kleine Unternehmen, wo dann froh sind, dass die Menschen, die dort arbeiten, sehr breit einsetzbar sind, in verschiedenen Bereichen gut einsetzbar sind und auch die Arbeit sehen, einfach anpacken und etwas machen. Da kann das durchaus auch gut funktionieren. Sollte aber auch, glaube ich, da nicht die Regel sein, weil möglicherweise versteckt sich dann der eine oder andere hinter irgendeiner Tätigkeit und vielleicht eine wichtige Tätigkeit, die gemacht werden müsste, wird dann vielleicht nicht gemacht. Auch das gibt es. Also, ja, ich meine, es ist entscheidend. Ich meine, es ist ziemlich sinnvoll, dass du dir überlegst, wo bin ich richtig, richtig gut? Was kann ich richtig gut? Wo sind meine Fähigkeiten? Was entspricht mir total? Und wo kann ich hier in meinem Umfeld den grössten Mehrwert bieten? Und dann bin ich eben nicht für alles einsetzbar. Heisst nicht, dass du dann auch mal anpacken kannst, wenn Notanmangel ist, an gewissen Sachen. Aber den Buchhalter will ich dann vielleicht nicht unbedingt in der Produktion sehen. Oder den Produktionsmitarbeiter will ich dann vielleicht nicht unbedingt im Controlling sehen. Und vielleicht sagt er, ich würde mich gerne in die Richtung noch weiterentwickeln. Okay, dann ist das was anderes. Wenn er noch eine Weiterbildung gemacht hat und ein großes Zahlenflair hat und eben nicht nur an der Maschine stehen will, ja, okay, dann kann das schon in die Richtung gehen. Aber du merkst, es wird auch dann irgendwo dann speziell. Aber wenn du im Bewerbungsgespräch bist, da finde ich diese Aussage, ich bin ja für alles offen, nicht gut. Gar, gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Also du weißt, das hast du jetzt wirklich mitbekommen. Spezialisier dich, steh für etwas ein und damit du auch greifbar bist, wirklich greifbar bist. Weil sonst bist du für mich nicht greifbar. Ich will doch wissen, habe ich es hier mit einem Sachbearbeiter zu tun? Habe ich hier mit einem Marketing-Spezialisten, wenn es um Produktkommunikation geht, zu tun? Habe ich hier mit einem Layouter zu tun? Habe ich hier mit einem Produktionsmitarbeiter zu tun, der gerne an der CNC-Maschine steht? Was auch immer. Also ich muss dich greifen können. Und wenn du eben alles gerade machen kannst, dann kann ich dich nicht greifen. Und wenn ich dich nicht greifen kann, dann ist es schwierig, dich dann auch entsprechend zu platzieren. Also, kurzer Input jetzt nochmal. Ich kann alles oder ich bin offen für alles. Ich bin kein Fan davon. Aus meiner Sicht streich das bitte und sag einfach klar und deutlich, für was du stehst. Sag, für was du einstehen möchtest und sag, wo du wirklich Fähigkeiten mitbringst und wo du tatsächlich einen Mehrwert bieten kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und du weißt ja, wenn du Rückmeldungen hast, wenn du Fragen hast, ich freue mich immer auf deine Kommentare. Also, bis bald. Servus. Servus und bis bald. Dein Christoph.